Nun bin ich mal gespannt, ob sich Onkel Eduard auch über meinen Besuch freut. Was ist das denn? Die Kinder! Wo seid ihr denn? Ach, da! Entschuldigen Sie, das tut mir wirklich sehr leid. Das ist mir aber noch nie passiert. Die schönen Möhren, die Erbsen, die kriegen ja nie wieder zusammen. Nein, das ist Arbeit, was? Ja, immer das Arbeit. Was ist denn? Ich bin dabei! Ah! 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 Oh! Oh! Es ist immer noch... Oh! Können Sie uns ja mal anfangen? Oh, oh! Oh, oh! Leider sind auch vier in der Landaufbau. Das ist wirklich sehr unangenehm, dass das passiert ist. Kann ich dir jetzt alles sagen, oder? Helfen Sie mir doch! Oh, verdammt noch mal! Bis die hier einen solchen Frach machen! Na, das lass' ich doch lieber bleiben!